Hände weg, Detective! Äh, sie sind gerade wieder online gekommen. Ich will nicht riskieren, dass sie wieder ausfallen. So, wir haben zwei. Wo könnten wir denn den dritten überhaupt herbekommen? Ich weiß. Wir müssen das für irgendwie da rein. Dafür brauchen wir den Magneten. Aber wie kommen wir an den Magneten? Ich bin nicht in die Rezeption. Hm. Hm, hm, hm. Nee, dich. Ich doch nicht. Da ist ein Magnet drin. Äh. Wenn ich, ich komme da ran, wenn ich die kleine Lasche öffne. Ein voll funktionsfähiger, ähm, eher luftransportierender Helm. Ich glaube, da drinnen sind wir fertig. Was brauchen wir dafür? Komm, Hund, du kriegst doch alles auf. Nicht, dann leider nicht. Wir müssen da irgendwie rein. Wir müssen da irgendwie rein. Okay, gibt's nichts mehr zu erledigen. Wie kriege ich den Ventilator da raus? Oder den Magnet? Ich brauche hier etwas... Feineres. Hängt da nicht so was wie eine Pinnstecknadel, mit der du das vielleicht aufbekommst? Also müssen wir wissen, wie ist diese Pinnsteck madness-kanat. Hm. Musst du vielleicht was töpfern? Hm. 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 Wir brauchen eher was Feines. Hm. Kann mir eine von euch weiterhelfen? Hm. Offenbar nicht. Hm. Hm. Es geht einfach nur try and error. Hm. 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 Kannst du mir helfen? Nein. Dann halt nicht. Okay. Ich verwechsel immer die Zeilen. Hm. Okay. Hier kann mir auch niemand mehr helfen. Hm. Hm. was ganz, ganz schlimm übersehen. Ich hab hier auch noch den Kleber. Ja. 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 Und da ist ein Magnet drin. Also muss... Ich wahrscheinlich erst mal da dran kommen. Aber wie? Ich brauche irgendetwas Feines. Kannst du nicht mein Radio mal eben kaputt machen? Hm. Hm. Ich versteh's nicht. Hm. Ich versteh's nicht. Untertitelung. BR 2018 Hmm... Ich habe irgendwas wirklich noch übersehen und ich weiß leider gar nicht was. Hmm... Also in der Werkzeugbox hatten wir nichts mehr. Dann ist hier nur noch das und da glaube ich sind wir auch tatsächlich schon fertig. Musik 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 Die Power Tools müssen mittlerweile nicht wieder funktionieren. Musik Strom ist doch da. Musik 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 Ich finde nicht, dass es immer noch besser ist. Ich tippe jetzt mal nicht ganz verkehrt, weil ich glaube ich übersehe einfach irgendwas ganz schlimm. Und von da sind wir gekommen. Musik 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 Klar! Die paar Zentimeter habe ich jetzt natürlich nicht überprüft. Du kannst eine haben, aber ich will sie zurück, weil du damit fertig bist von dem, was du so auch immer da machst. Hey! Wir haben den Magneten. Und den letzten von euch. Chum-Chum-Claw. It's too dangerous to get near. I need to find a way to knock it out. Puff. Wir geben den. Ein Plastikschädel. Es ist ein surprisingly mehr dangerouser Occult-Item als ein realer Skull. Ein auf der ersten Art und Weise kulteres... Ein kulterer Gegenstand, also ein echter Schädel. All that remains from the mysterious walking luggage that ate a different case. Okay. I hope this illegal magical tome will be okay in real when the door is closed. Ich hoffe, das wird hier irgendwie alles okay sein, wenn die Tür hier jetzt kaputt ist. Rollplay books. Not actual contraband, but dangerous reading non... Non... Non-tealers? But not too dangerous for our weekly game. Foolish. Okay, also ich mache ein wochenliches Rollenspiel. Wie konnte der überhaupt bei irgendeiner Frau landen? Ähm, das sind McKings oben ohne Porträts, die er unterschrieben hat und dann eingesperrt für das Verbrechen. Einfach zu wunderbar zu sein für die Öffentlichkeit. Just full of seamen. From the mysterious figurant sailor case. Okay. Who do you think wrote these dumb scripts for a comedy game about two cops investigating weird crimes? Enough and nobody shut up, what? Ach, du hast es geschrieben. Ähm, die Comedy-Version von dem Spiel eigentlich. A very noisy kids game. Ein Kinderspiel? That's not evidence. I'm hiding it from Murakami until that is top score. Das ist kein Beweissmittel. Ich verstecke es nur von Murakami damit. Äh, bevor... Bis ich seinen Rekord gebrauchen habe. Gasgranaten. Cool. Davon kannst du ein paar einstecken. Knockout Gas. This could be handy if I want to be able to leave that party early. Äh, Betäubungsgas. Könnte hilfreich sein, wenn ich die Party etwas höher verlassen möchte. Boxes of Jam Jars with one scoop taken out from the unsolved scooper case. Verlaid appear at cram scenes after investigation had started. Ähm, oh, that was me. I like eating toast while I think, but I always forget to bring the pot with me afterwards. So I keep opening new ones harmless. Truly, we spent a lot of text press money investigating that. Is harmlos. Ja, ja. Ach, wir schmeißen ihm das Ding einfach in den Kopf. Okay, das würde euch auch ausmachen. Dann zieht das Ding endlich an. Äh, Dooley, take this hose outside and keep the fresh air coming. Äh, Dooley, bring bitte den Schlauch nach Hause, sodass du Luft durchkann. Und, äh, ja, damit. Take this cereal monster. Uh-oh. Nimm ihn. Weil, it's unconscious, I'll stuff it into my seemingly magical pockets. Wenn der bewusstlos ist, stecke ich eher in meine scheinbar magischen Taschen. Right, that's them all. I'll get Dooley. We can go to the office and put this case to rest. Okay, Dooley, we can zurückkriegen und das zu Ruhe bringen, den Fall. Okay, let's lock these suckers into their new urn. One, and get back to the party. Okay, stecken bitte rein und wieder in die Urne und gehen zur Party. So. Heile mir den. In you goes, liebe Monster. Back to Capitivity, my monstrous Paul. Welcome home, little. Psss. Oh, Gott. Dooley. Ups. Is that it? What do we know? Flush them down the toilet and go back to the party. Wir müssen eine neue Urne erstellen. A magical one that can actually hold them. Eine magische, die sie halten kann. Oh, okay. Zum Glück haben wir einen Töpfer-Tisch. Ähm, falls ich, wenn ich nicht die Material finden könnte, würde ich da eine Urne herstellen können. Kann ich die nicht einfach wieder nehmen? Hoffenbar nicht. Wo soll ich denn jetzt bitte magische Utensilien herbekommen? Also, ich werde der Krug ansammeln machen. Äh If I had any feelings of guilt for sending my king on his dirty timeout, I don't any longer. Aha. Buch! Okay, ein magisches Buch. Haben wir bekommen. Please cast it or not. A magical tome taken from the library. Und das hilft uns jetzt dabei und die Urne herzustellen. Ach komm. Hm. Oder auch nicht. Hm. Was brauchen wir ihr Frühstück? Ich weiß nicht, was wir brauchen, um es herzustellen. Das ist das Problem. Es steht da ja auch nichts drin. Ich bin. Hmm. Was könnten wir brauchen? Komm schon. Wir können nichts mehr machen. Hier ist halt definitiv keine große Hilfe. Was soll ich denn jetzt bitte Utensilien für eine Töpfer Ding herbekommen? Für eine Urne. Eine magische Urne. Ich habe halt das Gefühl, wir sind eigentlich mit allem hier durch. Kleber. 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 Kleber, brauche ich den Kleber? Kleber als Urne, also ich weiß ja nicht, ist das nicht Kleber? Ach nee, Zement. Oh, der ist sooo trocken. Irgendwie sowas zumindest. Leben. Na dann, die beiden. Ähm. I watched that film Ghost a lot. Ich hab diesen Film Ghost ganz schön oft gesehen für Nachforschungen. Jetzt noch magisch machen. Äh, let's see. Ich hab darin also stehen, wie wir magische Ohren versiegeln können. Äh, time for some finger grafting of wounds. Okay, wir haben eine magische Urne, können wir die jetzt da reinstellen? Und das ist der Dumb. Oh Gott, das ist ganz safe da drin. Oh, vor allem wenn das Schloss hier jetzt kaputt ist. Okay. Lock fixed and gremlins stashed away. What have we learned from this duly? Okay, okay, trotzdem. Das ist trotzdem nicht unbedingt sicher da drin, finde ich. Not to eat so much sugar. I'm crashing now. I don't really remember much of what happened. Dass man nicht so viel Zucker essen sollte. Ähm. Ich weiß nicht mehr viel von dem, was wirklich passiert ist. But I'm sure it was nothing important. Aber ich bin sicher, es war nichts wichtiges. Now let's get back to the party. Lass uns zurück zur Party gehen. Ähm. Ron wanted gift. Haben wir freigeschaltet. Hey, where's all the cake on? Wo ist der ganze Kuchen hin? We ate it all. Why is this place a mess? What did you two do? Wir haben ihn aufgegessen. Warum ist dieser Ort so unrundig? Was habt ihr getan? Nun, da waren... Und wir... Somebody let off a gas grenade. Jemand hat ne Gasgranate geschmissen. Und große hässliche Zähne. A cover smashed man we got there. Das Auto war schon kaputt, als wir dort ankamen. Ähm. Ähm. My King hat's getan. Another one to file on the dark side N6. Äh. Yeah. Probably for the best, yes. Ja. Legen wir's besser und in den dark file Sachen ab. Die nie aufgeklärt werden. Okay. Well you two better start cleaning. The budget doesn't allow for both you coppers and custodial stuff. Okay. Ihr beiden fängt besser an zu arbeiten. Ihr beiden fängt besser an zu arbeiten. Und das wird schön, lässt nichts zum Aufräumen zu. Oh man. Also kein Kuchen für Dooley. Und da ist der Tag nicht ganz so gelaufen, wie er sich das erhofft hat. Case closed. Gah. Ja. Da sind wir heute mal ein bisschen Acken und Herr gerannt. Beziehungsweise ich. Nur weil ich den einen Tisch nicht gesehen habe und auch andere Kleinigkeiten übersehen habe. Aber ansonsten lief es ja eigentlich ganz gut. Okay. Ich bin jetzt müde. Wir haben 1 Uhr nachts. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, wenn ihr dieses Video seht. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann noch bis zum nächsten Mal. Tschüss.